So, hier in der Nähe gibt es noch ein Geheimversteck für den Glasdolch. Den kann ich dann in Caldera bei Creeper verkaufen, kriege ich 5000 Gold hier. Und damit gehe ich dann nach Altruhen und kaufe mir erst ein paar gute neue Zauber. Woher soll das sein? Ich finde ihn nicht. Ich kann ihn nicht finden. Hm. Ah! Da ist er. Geht zurück hingesehen. Äh, die Frage kommt schon ran. Ja, ja, in dem Ding hier steckt er drin. Ist natürlich ein Trank mit Levitate nicht so unpraktisch. Guck mal, hier gibt es ja diese Pflanzen. Ja. Guck mal. 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 Okay, I'm listening. Ah. Ich brauche... ...von jetzt ist es toll, da noch Zeug brauche ich, aber ich verkaufe den nicht. Wieso verkaufe der es nicht? Okay, dann kann ich... ...das kann ich noch kaufen. Schöpfeet. Hm. Hm. You want something? Ne. Ne. Okay, I'm listening. Hm. Hätte ich jetzt was Akrobatik erhöht oder so? Ja, super. Superdrain willpower, klasse. Wie komme ich jetzt an die scheiß Deutsch dran? Ah, fast! Komm, schauen. Ich muss einen Clifffraesser finden. Und dann hoffen, dass ich den Trank zusammen... Ich komm wieder, das ist nicht vorbei mit dem Deutsch. Ich warte. Dass ich freiwillig einen Cliffhäuser suche, um den zu killen, nee. Wie sieht es denn aus mit der Athletik? Ich kann mal versuchen, mich an den Script hier aufzuladen. Wahrscheinlich werde ich sterben. Weil die machen ja so einen Paralyseeingriff. Und der könnte dann, der hat dann die Chance, meinen Magielauf zu machen. Könnte ich absorbieren. Mit Spellabsorption. Aber ich kann natürlich auch qualisiert werden. Und ich muss dann hilflos dabei zusehen, wie ich sterbe. Genau das. Und wieder. Ich komm besser ab. Bevor er mich killt. Ich könnte jetzt auch Entfernung, das Ding abschießen. Ich kann jetzt einfach hier. Na, Fireball bringt mehr. Hat Radius und hat auch höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ah, nice. Ich mach mal den Magietrank. Da muss ich lieber den Ring weiter. Immer noch auf der Suche nach einem Cliff Racer. Obwohl er mich wahrscheinlich umbringen wird. Ich kann jetzt das Ding abschießen. Und du bist das Ding an. Oh Gott, na warte! Oh Gott, weg hier! Oh Gott! Oh Gott, weg! Oh... Ich habe so viel Heiltrinken, habe ich auch nicht. Hey, der Cliff Racer hat mich so platt gemacht, falls ich überhaupt einen finde. Hey, normalerweise sind die Viecher, gibt es davon Tausende, normalerweise kann man nicht verheißen, ohne dass man einen trifft, aber jetzt, wenn man einen braucht, ist natürlich zu Kanada. Typisch Nur einmal so ein Vieh braucht Aber hier sieht es aber gut aus Das ist wie eine Latte Scheiß drauf, ich geh zu einer Kaldauer. Mit den Stiefeln. Ich kann mich nur über die Karte orientieren. Ha, voll blind. Vielleicht sollte ich dann auch... Genau, kann ich jetzt zur Not noch Unsichtbarkeit aktivieren. Ich würde 10 Sekunden Unsichtbarkeit... Äh... Ne, dass ich kann. Ähm... Genau. Ich bin schon auf dem Weg. Ja. Ja. Genau. Hier lang. Und da. Genau, hier war das Haus von dem Typen von den Blades. Guck mal. Okay. Jetzt ist weit gelaufen. Ja. Ja. Jetzt kann ich hier runter... Ja. Mal gucken. Mal ausziehen und mal gucken. Ja. Ja. Cool. Und weiter. Ja. Ja. Und weiter. verblendet Was muss man ausziehen? Ah, genau, hier ist der Nackte-Typ. Genau, jetzt hier nach Calora. Nice. Zurück in Sicherheit. Genau, das wollte ich hier drin mitnehmen, mal klauen. Gut hier hochgehen und richtig gute Alchemie-Ausrüstung nehmen. Hier. Master Modern Pistol. Master Calcinator. Master Retort. Nice. This is Poison. Ground Meat. Altide. Green Legion. Reism. Fire Swords. Tocco Box. Crab Meat. Ah, und Master Alembic. Nice. Komplette Master-Ausrüstung. Könnte ich meine Journeyman-Apprentice-Zeug verkaufen. Guck mal, ich hab jetzt... Green Legion. Green Legion und Choco Reed. Choco Reed. Hey, cool. Checks. Guck mal, ich hab' nicht mehr mitnehmen. Ich hab' nicht mehr mitnehmen. Aber ich hab' nicht mehr mitnehmen. Ja, was verkaufst du denn? Ah, verkaufst du alchemische Zutaten. Hm, da könnte ich sogar meine Apprentice-Ding und Journeyman-Ding verkaufen. Cool. Hm. Okay. Der hatte noch mal ein paar Zauber, oder? Ich bin sicher, dass wir einen fairer Preis ausarbeiten können. Ja, ich hab' nicht gehört. Reignisse Magica. Ah, der verkauft Charming-Touch, aber es kostet super super viel. Ah, der verkauft Charming-Touch, aber es kostet super super viel. Oh, Freienwerteinbruch. Shopping for Enchantments. Ah, der... Ah, scheiße. Da muss ich erst einen höheren Rang erreichen, damit er mir seine Services ermittelt. Schon zu niedrigen Rang. Ich hab' selber Geld für die hier. Ja. Ja, cool. Hm. Hm. Ja, dann ist Fatigue nämlich. Damage Hells ist nämlich ein Zauber, der nur auf Magie basiert und da haben die wenigsten Gegner Resistenzen gegen. Ich glaube, in dem Schloss gibt es ja Imperial Shrine, oder? Vielleicht kann ich mich da auch mit Mana aufladen. Ich habe geguckt, ob der einen magischen Gegenschalt, mit dem ich Cast when used irgendwie Schaden vorsorgen kann. Das tut mir so. Oh, der ist nämlich jetzt weg. Ja, eigentlich genau so. Cast when used, fire damage 1 to 25 points, 20 feet on target. Oh, hier rufe ich auch gern. Die könnte ich mir nochmal verkaufen. Was ist denn noch hier so für Mag? Hey, Mag hätte ich gern. Ja. 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 Ja.